Das Vertrauen seitens ihrer Vorgesetzten steigert die Produktivität der Mitarbeiter um 50%. Misstrauen hindert Projekte, dämpft Kreativität und treibt Talente davon. Einem Kaffee mit deinem Team zu trinken ist in Ordnung, aber es reicht nicht Haus. Du musst mehr tun, um das verlorene Vertrauen wiederherzustellen. Die Wirtschaftspsychologie zeigt, dass die Loss von drei Teilen hat. 1. Transparenz. Kommuniziere klar und füge mit dem guten Beispiel voran. 2. Autonomie. Delegiere und gib deinen Mitarbeitern Freiheit und Verantwortung. 3. Konstruktives Feedback. Kritisiere nicht nur, höre zu und stelle Fragen, wenn etwas schief läuft und bitte los umgehen an. Die Umsetzung dieser drei Punkte erhebt das Vertrauen und die Motivation deines Teams, fordert Innovationen und behält Talente. Schaff eine produktivere und zufriedenstellendere Arbeitsumgebung. Hast du schon einmal mit jemandem zusammengearbeitet, der dir nicht vertraut? Oder mit jemandem, den du nicht vertraust? Wie hat sich das auf deine Leistung und die des Teams ausgewirkt? Wenn du glaubst, dass diese Information jemandem dabei helfen kann, das Vertrauen in seinen Team zu stärken, zeile es. Mann, quir .'' bonsendant » » » » Vielen Dank.